Hallo Löwe, herzlich willkommen zu deinem Sternzeichen-Reading. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bedenke bitte, dass es eine allgemeine Legung ist. Du kannst damit in Resonanz gehen, musst es aber nicht. Es kann sein, dass die Seiten hier auch vertauscht sind. Dann gucke bitte, wie es für dich passend und stimmig ist und münze das auf deine jeweilige Situation bitte selber um. So, lass uns mal schauen. Was möchte dir dein Gegenüber hier jetzt sagen? Was möchte man dir hier mitteilen? Befreiung Alles, was mich und mein Leben negativ beeinflusst, mir nicht gut tut, wird jetzt endlich konsequent von mir aussortiert. Das Glas ist nicht mehr halb leer, sondern halb voll für mich. Ich sehe vieles nun anders. Ich versuche, positiver zu denken und Positives in mein Leben zu ziehen. Und das Gleiche solltest du auch tun. Aha. Da hat jemand wohl einen kompletten Durchblick bekommen, wa? Jemand scheint hier wohl jetzt sich nicht mal beeinflussen zu lassen. Jemand hat erkannt, dass man es hier irgendwie vielleicht nicht so gut gemeint hat und dass man das auch ausgenutzt hat. Und nun ist hier Schluss mit Lustig. Hier hat man wohl auf den Tisch gehauen und gesagt, bis hierher und nicht weiter. Bis hierher und nicht weiter. Und krempelt hier jetzt daneben 180 Grad um. Ja, kann ich nicht anders sagen. Hier ist jemand voll in der Veränderung drin, in einer positiven Veränderung, das super ist. Und jemand kommt hier jetzt auch wirklich ins Gefühl rein. Also sprich raus aus diesem Verstand, rein ins Herz, rein ins Gefühl, weil man hier auch jetzt wirklich auf die Intuition vertraut und hört. Ja, aber es ist wirklich so, all das, was hier nicht mehr gut getan hat, wird hier jetzt konsequent rausgeschmissen. Ja, hier macht jemand jetzt einen Frühlingsputz. So kann man das verstehen. Jemand macht jetzt Frühlingsputz und all das, was nicht mehr dienlich ist, all das, was hier Dreck bedeutet, kommt auf den Müll. So, gut. Klare Ansage hier von jemandem, ne? So, gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Der Turm, der Schlüssel. Ja, das ist hier. Ja, ganz genau das ist es nämlich, ne? Man wurde hier ausgegrenzt, man wurde aus dem Leben wirklich komplett abgeschieden, weil man ihnen das auch so eingeredet hat oder ihr. Na, das ist schon echt. Jemand hatte wirklich auf das Wort anderer gehört und das mit absoluter Sicherheit und dachte, das, was man ihm sagt oder das, was man ihr sagt, das ist richtig. Jemand hat das hier als richtig empfunden, als Wahrheit auch angenommen, dass das so ist, weil man das hier irgendwie nie anders gekannt hat. Man hat das hier nicht anders gekannt und dadurch war man auch so eingeschränkt im Denken, im Fühlen. Ja, man hat hier irgendwie nicht auf sich selbst gehört. Und jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt ist Schluss mit lustig. Hier hat jemand einen Turmmoment und das Schöne ist, dieser Turmmoment wird von demjenigen selber ausgelöst. Hier macht das jemand sehr bewusst. Jemand sprengt hier die Ketten um sich herum, die Mauern, um die einzureißen, weil man hier einfach jetzt nur noch sich befreit. Hier ist wirklich ein Taubenschlag, hier ist ein Befreiungsschlag und jemanden, der lässt hier nichts mehr anbrennen. Man will hier jetzt wirklich selber seinen eigenen Weg gehen und man war auch gar nicht mehr glücklich. Man war hier nicht mehr glücklich und man will jetzt hier aber sein Glück selber in die Hand nehmen. Und dann nehmen wir auch jetzt selbst wirklich in die richtigen Bahnen lenken, ja. Und hier lässt sich jemand auch nicht mehr beeinflussen, nicht mehr manipulieren. Man hört jetzt nur auf das, was man selber will. Und das ist genau der richtige Weg, den hier jetzt jemand einschlägt, damit man hier jetzt wirklich etwas auch gravierend verändern kann. Also ich habe hier wirklich eine Veränderung fürs Leben. Das hier ist keine Sache, die irgendwie in drei, vier Monaten wieder verschwunden ist. Nein, nein. Das hat hier schon was mit dem Leben zu tun, ja. Und dazu gehörst du auch natürlich, auch wenn du es jetzt erstmal vielleicht nicht glauben kannst und auch nicht glauben magst. Aber es ist tatsächlich so, dass du damit involviert bist, ne. Und auch wenn man hier jetzt irgendwie auch aus dem Rückzug kommt, hier kommt jemand auch aus dem Rückzug raus. Eine Distanz wird aufgehoben und weil man hier jetzt wirklich auch sagt, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich will das hier nicht mehr. Ich will mir das nicht mehr geben. Das bin ich mir hier auch einfach nicht mehr wert. Und jemand lässt das hier auch nicht mehr mit sich machen. Da scheinen mehrere Parteien involviert zu sein, die ihm hier wirklich, ja, dazu gebracht haben, sich hier so zu begrenzen. Also hier konnte man sich auch gar nicht frei entfalten. Das geht gar nicht. Ja, das kann auch sein, dass du hier gerade auf jemanden guckst, der gleichgeschlechtlich ist, ja. Und dass hier irgendwie das äußere Umfeld so weit stark manipuliert hat, dass man hier sein Coming-out sozusagen gar nicht aussprechen konnte, wo man hier einfach so einen Schiss hatte. Ja, jetzt räumt hier jemand aber das Pferd auf. Das ist auch so. Wenn du auf einen gleichgeschlechtlichen Partner oder Partnerin schaust, dann habe ich hier ein Coming-out. Und das plötzlich. Jemand hat hier wirklich die Schnauze gestrichen voll. Sehr schön. Was haben wir denn hier? Seelenzufriedenheit. Würdige deine Einmaligkeit. Tu das, womit du dich wohlfühlst. Siehst du? Das kann wirklich sein. Wenn du hier jetzt wirklich auf einen Partner guckst, der gleichgeschlechtlich ist, dann geht es hier wirklich um ein Coming-out, von dem man sich gedrückt hat, weil man hier nicht anders handeln konnte, weil man selber Druck abbekommen hat. Ja, man hat sich irgendwie, man hat irgendwie Angst gehabt, wie würde das Umfeld reagieren, man würde mich doch gar nicht mehr so annehmen, wie ich bin, nicht mehr respektieren. Ja, man hat hier wirklich Angst davor gehabt, man wurde auch unterdrückt, nun ist ja aber Schluss mit lustig. Jemand wird hier so dermaßen die Kräfte hochfahren und hier jetzt wirklich dazu zu stehen, zu dem, was man ist, das ist Wahnsinn. Das ist der absolute Hammer und hier würde auch jemand nennen, sein komplett neu im Licht erstrahlen. Man möchte auch erstrahlen, weil man jetzt anerkennt, dass man so ist, wie man ist. Weißt du? Hier will man, man will das gar nicht mehr anders haben. Das will man gar nicht mehr anders haben. Man akzeptiert das. Das mit dir, das mit euch, mit eurer Verbindung. Ja? Man lässt sich hier nichts mehr einreden. So, was haben wir hier? Friedliche Lösung, siehst du? Und das ist die einzige Lösung, die man hier machen kann, indem man hier so einen Befreiungsschlag hat und den auch auslebt. Dadurch kommt hier wirklich Frieden rein. Es würden hier einmal die Fetzen fliegen, das auf jeden Fall. Hier werden die Fetzen fliegen, aber es muss sein, weil dadurch wird was bereinigt werden. Und dadurch kommt man hier auch in einem inneren Gleichgewicht. So, damit das aber auch vorangehen kann hier, ne? Wer, welcher Engel spricht. Als Engel ratst du hier. Ich bringe dir esoterische Informationen und Symbole und helfe dir, spirituelle Wahrheiten zu verstehen. Ich habe es ja gerade gesagt, ne? Das kann auch sein, dass jemand dies als Wahrheit empfunden hat, dass das richtig war, was man hier mit ihm gemacht hat. Dass man eingeredet hat zum Beispiel, Männer dürfen nicht auf Männer stehen oder Frauen dürfen nicht auf Frauen stehen, was absoluter Humbug ist. Liebe ist Liebe. Männerliebe ist genauso gleichwertig wie Frauenliebe oder eine Liebe zwischen Mann und Frau. Das ist scheißegal. Wir lieben alle auf die gleiche Art und Weise. Und das kann hier jetzt wirklich sein, dass man das hier so eingetrichtert hat, dass das nicht richtig ist, dass schwul sein oder lesbisch sein oder was auch immer das hier jetzt ist mit euch. Dass das nicht richtig ist und dass man sowas nicht macht. Das ist Quatsch. Das hat hier jemand jetzt erkannt mit Hilfe der geistigen Welt, die ihm hier wirklich Zeichen geschickt haben. Die haben hier irgendwas gemacht, irgendwas bewirkt, irgendwas ausgelöst, weil man hier auch im Mangel war. Dein Gegenüber war dadurch absolut im Mangel, weil man etwas nicht erkannt hat, weil man auf andere Personen gehört hat. Nun kommt man aber in die Fülle, weil man sich so akzeptiert, wie man ist. Und wenn man sich so akzeptiert, wie man ist, dann kann man dich auch so akzeptieren, wie du bist, was du bist. Weißt du, das ist eine tolle Botschaft. Was will er dir hier noch sagen? Dein Hilferuf ist schon angekommen, dein Gebet wird erhört werden. Siehst du, jemand wusste hier nicht mehr, was man noch machen sollte. Jemand war verzweifelt. Hilfe ist aber gekommen oder Hilfe wird noch kommen. Ja, und das wird einschlagen wie die Bombe. Hier denkt jemand an dich. Du sollst jetzt in dem Moment wissen von deinem Gegenüber, dass er dich liebt und dass man hier wirklich ständig an dich denkt. Nur die Liebe wird dich befreien. Lass all das alte Lust, damit eine neue Liebe in dein Leben treten kann. Ja, und die neue Liebe, das bist du. Folge der Stimme deines Herzens. Ja, vielleicht war hier auch jemand zwischen den Stühlen irgendwie gefestigt und musste sich hier zwischen zwei Leuten entscheiden. Dann wird die Entscheidung aber zu deinen Gunsten fallen. Und weil hier jemand jetzt auf sein Herz hören wird und hier, wie gesagt, nichts mehr den Zufall überlässt. Und guck mal, ihr seid Zwillingsseelen. Eure Leidenschaft ist entflammt. Oh, oh, oh. Ja, das kann wirklich sein. Gegensätze ziehen sich hier bei den Zwillingsseelen nämlich an. Einer vom Nordpol, einer vom Südpol sozusagen. Also vom Aussehen seid ihr komplett unterschiedlich. Aber vom Charakter her, von dem, was ihr erlebt habt, von den Geschichten, Sachlagen, Verhaltensmuster, Denkweisen, ähnelt ihr euch wirklich wie Zwillinge. Und jetzt geht es darum, diese Situation hier wirklich locker anzugehen und die auch ins Fließen zu bringen, damit sich etwas Wunderschönes für euch gestalten kann. Ja, also hier kommt echt ein mega Aufschwung rein. Habt Vertrauen, das wird hier werden. So, lieber Löwe, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!